oh hey da was geht ab leute und hier diesmal vergesse ich die begrüßung nicht extra tag ich habe heute wenn alles gut läuft drei experts ich habe die mir mal eingeladen ist glaube ich seine erste verteidigungsform ist ja noch nicht so lange draußen ich habe ja am ersten tag 100 prozent bekommen und ich bin mit dem glücksfreunde muss man schauen vielleicht machen wir den tausch heute oder morgen beim beim zide ich habe noch einen anderen also ich habe eigentlich echt eine menge glücksfreunde schreibt mal unten in die kontage wie viel glücksfreunde ihr habt weil ich habe jetzt sieben acht glücksfreunde oder so echt heftig für die nächsten drei tage garantiert neue lucky legendäre aber die mir kommt natürlich wie immer zu spät aber zum glück sind ein paar so nett und warten paar minuten ich habe echt Angst dass du drücken über den bübeln kind boom wird die haben wir so viele da wird es sich einer gut meinst du ja dann hast du jetzt lieber ein legendären der garantiert lucky wird so ein kind boom versteht 10 50 stück und einer wird davon lucky das ist was ich meine ja gut dann musst du deinen garantiert nicht so schön zu gewinnen ich sage gleich quasi im deck ja dann kann ich den lucky gleich quasi geben der wird 10 über 80 prozent gell mindestens 12 12 12 ist aber an sich auch nicht so aber das sind halt die besten chancen also besser als aus dem werk weil da ist 10 10 10 los geht's das ist das ist Ja, das macht kaum Schaden. Das ist echt krass. Musik 10 Leute, heftiger Zeit. Heftiger. Fuck! Ui, 6 Kino. Ja, ich hab auch 6 Kino. 12,71. Ja, das ist echt. Oh, das ist immer noch sehr gut. Ich kann bei denen nicht viel machen. Nur großartig. Alles reicht. Das ist nicht schlecht, aber ich brauche ihn leider nicht. Ich habe die Check. Okay, jetzt zeigt er 15. Heftiger würde ich zum Beispiel auch pushen, wenn ich einen Witz kriege. Sehr klar. Deswegen, also... Heftiger ist schon gut. Ja, ne, was ich brauche immer. Ach so, sorry, sorry. Kette? Schraubkatzen gleich noch. Ah, Liga jetzt kann ich dir geben. Ich hab gestern jetzt gefahren. Nehme ich gerne. Das ist eh nicht gut. Okay. Dann? Glückstausch. Und wie oft kommt es jetzt vor, dass wir das kriegen? Zuverlässig. Alles zuverlässig. Jetzt immer, jetzt immer. Kann immer, immer wieder passieren. Okay, das ist schon cool. Ist ja noch geil, wenn der für free wäre. Also ohne Stärkstrahl. Mensch, Mensch, und es ist sehr selten auch nicht. Ich weiß nicht, wie sehr das ist. Also ich hab jetzt schon mehr gehört. Ah, okay. Ich hab auch viele Freunde, also keine Ahnung. Hast du schon was Gutes rausbekommen? Ich muss nicht, halt nur für meine Lucky-Sammlung jetzt. So ein Lucky-Sammlung. Okay, Rigi, alles. Ah, fack, ich hab hier markiert. Rigi Rockbossau? Ne, Rigi Stil. Rigi Stil ist auch. Kann ich hier markieren? Ja, ja, du kannst. Hier irgendwo. Ah, geht, okay. Kann passen. Was kostet das jetzt bei uns? 5 Monate. Schon richtig. Ja. So, als es kein neuer Eintrag ist, ist es immer gut. So. Wie viel hat es von noch für euch hab ich geschaut? 91. Schauen wir mal. Ich hör irgendwas mit 33 oder 96. Ihhh, 15. Oh mein Gott. 37, Mann. Oh mein Gott, tot. Oh mein Gott. Schade, schade, schade. Richtig tot. Aber ich hab noch viele, quasi. Irgendwann wird schon ein Guter dabei sein. Das ist der nächste Morgen. Später C-Day. 15 Uhr bis 18 Uhr. Oder eine Stunde zum Entwickeln. Kleiner Hinweis von mir. Also der Bonus ist der 3-fach IP. Mit Glückseye 6-fach sogar. Also die meisten werden Glückseye anhaben. Also wie immer, ihr wisst Bescheid. C-Day gleich am Anfang. Ist Zeit zum Levelaufstieg für die IP, für die Freunde. Also nicht vergessen. Aber aufgepasst. Es gibt ein paar verrückte. Die zünden das schon vor 15 Uhr. Weil die nichts vom C-Day verpassen wollen. Ihr kennt ja meine Videos. Ich zünde um 15 Uhr. Da mach ich erstmal ein paar Geschenke auf. Und dann Viertel nach irgendwie. Irgendwie sowas. Geht das richtig los. Weil das Ganze sich doch hinzieht mit den Freunden. Und aufsteigen. Und zünden. Und aufmachen. Und verschicken und sowas. Und die ganz verrückten wollen eben Viertel vor bereits starten. Damit sie nichts, wirklich gar nichts vom C-Day verpassen. Deswegen. Also ich zünde weiterhin um 15 Uhr. Macht's euch keine Sorgen. Aber es gibt halt ein paar. Deswegen. Falls ihr auf der sicheren Seite sein wollt. Zündet euer Ei. Schon ein Viertel vor. Dann läuft's eh eine halbe Stunde. Also läuft's eh bis 15 Uhr und drüber. Also deckt ihr damit eh den Zeitraum ab. Nach dem C-Day wo alle normal starten. Aber zusätzlich könnt ihr euch versichern. Und noch die Zeit davor. Die Viertelstunde auch abdecken. Also seid nicht überrascht. Falls irgendein verrückter von euren Freunden. Bereits um Viertel vor. Oder kurz vor. Drei aufmacht. Und dann machen wir wieder eine Menge EP. Ich hab gestern die 160 Millionen geknackt. Könnt ihr nochmal gerne abchecken das Video. Da seht ihr die ganzen Statistiken. Wie viel ich gemacht hab. Wie viel ich momentan hab. Und der Vergleich eben zu 7x Level 40. 20 Millionen in 2 Monaten. Ja da geht mehr. Aber ich bin zufrieden erstmal. Und bevor ich's wieder vergesse. So wie immer. Gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Damit unterstützt ihr mich und den Kanal. Aber auf jeden Fall hab ich grad was eingeblendet. Und zwar ein paar meiner Lucky Tausche. Ich hab jetzt zwei. Also ich hab eine Menge neue Einträge für mein Lucky Decks. Ich hab zwei neue Legendäger. Das ist einmal Regi Ice und einmal Latias. Dann hab ich jetzt Pinion, Mobile und noch irgendwas Schilderes. Also mein Lucky Decks. Da fehlt echt nicht mehr viel. Nur noch Legendäger eigentlich. Zwei Babys und paar Regionale. Aber die Regionalen sind natürlich nicht so einfach zu bekommen. Erstmal muss ich ein Glücksfreund bekommen. Und dieser Glücksfreund muss dann auch noch ein Regionales haben. Das ist nicht ganz so einfach. Ich hab mal gestern was auf Instagram gepostet. Ihr könnt mir da gerne folgen. Ich wusste da eigentlich eine Menge Sachen. Und hab dann mal gefragt wieviel Lucky Freunde die ihr schon habt. Sehr sehr überraschend. Da hat der Große einfach geantwortet. 0. Keine. Nada. Nix. Miente. Heftig. Ganz wenige haben nur eins geschrieben. Also 1. Zum Glück 1. Endlich einbekommen. Und die meisten hat einfach 0. Und ich hab schon 7 oder 8 so. Echt heftig. Ich schreib mal unten in die Kommentare. Wieviel Lucky Freunde ihr schon habt. Aber wahrscheinlich kann ich mich mit meinen 7 oder 8 richtig glücklich schätzen. Ich hab halt viele Freunde. Also viele beste Freunde erstmal. Und dann hab ich natürlich auch noch viele Freunde die immer aufmachen. Also ich verschicke meistens einfach nur. Aber anscheinend hatte ich echt ne Menge Glück bisher. Freut mich. Das heißt wir haben eine gute Freundschaft. Ich und meine Freunde da draußen. Wie gesagt wahrscheinlich diesen Monat den Lucky Decks fertig. Zumindest den Großteil dann. Die Regionalen werden wahrscheinlich schwierig. Sowas wie Pachirisu, Venusfliegenfalle. Ja schauen wir mal. Abgesehen davon. Mach ich mich langsam bereit. Jetzt das Video hier noch bearbeiten. Und dann raus. Seeday. Kleiner Hinweis noch für euch. Weil viele das gefragt haben. Also erstmal. Ihr kennt ja den String mit dem WP. Den könnt ihr kopieren. Oder einfügen. Und dann filtert der potenziell 100er raus. Könnt ihr auch individuell einstellen. Mit 98, 96 und so weiter. Also normalerweise kopiere ich das immer in die Kommentare. Oder ein Zuschauer macht das. Aber ich hab euch ja die App vorgestellt. Trade Decks. Mit dem könnt ihr eure eigenen Strings generieren. Das könnt ihr einfach machen für 100er Kindwurm. Aber zwei wichtige Daten. Die kann man sich schon merken. Und zwar Level 35 mit Wetterboost. 1073. Wenn ihr den seht. Garantiert 100er. Weil höher geht es ja gar nicht. Und genau dasselbe für Level 30. Wenn es kein Wetterboost gibt. Weil ohne Wetterboost geht es nicht höher als Level 30. Und das sind 9,91. Also 9,91 kann man sich merken. Und 1073. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich freu mich drauf. Das war's von mir Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Euch viel Spaß. Viel Glück beim CD. Ich gönne euch allen ein 100er Lucky Shiny. Jetzt ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Mit den garantierten Glücksfreunden. Dass etwas 100er Lucky Shiny wird. Einfach Perfektion. 100% Lucky Shiny auf Max gepusht. Puh. Das war's von mir. Forget's it. Pokemon is serious. Business.